Das ist die originale und erste Stil... Yo Leute, Rob Crispy Rob am Start und heute gibt es was Besonderes. Und zwar hat der liebe Steven Jerry letzte Woche eine kleine Überraschung für mich gehabt. Er hat nämlich ein Porträt von mir gemalt mit einer Machete und einem Stück Holz aus dem YouTube Camp. Und das ist ziemlich krass geworden. Und was wäre ich für ein Freund, wenn ich nicht jetzt auch irgendwas machen würde? Jeder Mensch auf dieser Welt isst gerne Pizza und deswegen habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Und zwar versuche ich eine XXL-Pizza zu kreieren mit seinem Gesicht. Und deswegen brauche ich Verstärkung aus Italien, weil Italiener kennen sich meistens mit Pizza aus. Und deswegen begrüßen wir den... HALCO FALCO! Yo! Mit meinen magischen Kopffingern und seiner italienischen Kreativität versuchen wir jetzt einfach die größte YouTube-Pizza zu kreieren. Ich will gar nicht viele abhören. Let's go! So Freunde, wir sind auf jeden Fall bei Pizza Neo Neo angekommen. Die haben mir die Option gegeben, hier das Video zu drehen. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall Dankeschön von meiner Seite aus. Und in der Küche gelten gewisse Hygieneregeln und deswegen haben wir das halt hier Outfit an. Und ich würde mal sagen, wir ziehen uns jetzt um. So! Umgezogen und jetzt wird erstmal der Teig gemacht. Let's go! So Freunde, auf jeden Fall haben wir jetzt hier den Teig. Wir haben zur Auswahl einmal den hellen Teig und einmal den Merkon-Teig. Ich würde mal sagen, dass der hellere Teig mehr zu Steve und Jerry passt. Auf jeden Fall versuche ich jetzt mal daraus eine Pizza zu machen. So legen wir mal los. Wir machen das hier ganz traditionell und zwar versuche ich die Pizza jetzt mit der Hand flach auszufalten. Ich glaube, wir stellen mich gerade richtig dumm aus. So Freunde, eine kleine Trickshot-Challenge. Da gibt es jetzt den Pizza Frisbee-Wolf. Wow! Ein bisschen mehr Mehl hier, wie das Bescheid. Sieht viel einfacher aus, als es ist. Ja. Toll, verkackt. So Freunde, auf jeden Fall, wie ihr es sieht, der Teig ist ready. Ist eine schöne, große Pizza geworden für einen großen Jungen wie Steven Jerry. Ich habe einen Besuch bekommen, Freunde. Kriegen wir eine Pizza? Ey, hier gibt es nichts gratis, ne Wins? Ich habe Freunde, ich habe Freunde. Okay, ich bin ready. Also jetzt fangen wir an, den guten Ende Steven Jerry zu zeichnen. Kochen, basteln. Ich bin hier rein. Das ist Cross vom Head. Ja. Ausatmen. Aber da müssen wir schmecken. So, ich denke mal so, die Pizza ist fertig. Vielleicht können wir nachher noch ein paar Details verändern, aber die muss jetzt schnell in den Ofen, bevor die jetzt irgendwie aufweicht. Und dann war die ganze Arbeit umsonst, also hoffentlich klappt es jetzt. So, unsere Pizza kommt jetzt jeden Moment raus. Cheers. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwas. Viel Glück. Okay, okay. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Das ist wie eine Schwangerschaft gerade. Das ist unser Sohn. Hey, das ist echt so. Ich hoffe, das hat irgendwie funktioniert. Shit, ist nice. Sieht halt vielleicht ein bisschen böser aus als sonst, aber es passt schon. Die Arbeit, die dahinter steckt, ist das, was zählt. Also, Freunde, ab in den Karton und dann zu Steven Jerry, meine Freunde. Das ist eine kleine Überraschung. Da ist so ein Tier drin. Zeit auszupacken. Das fühlt sich so an wie so ein lebendiges irgendwas. Ja, du weißt, ich bin immer ein Fan von Insekten. Du musst bedenken, ich bin jetzt nicht so künstlerisch begabt. Ich habe auch jetzt keinen Bock hier auf, in mir springt mir irgendwas ins Gesicht oder so. Er isst nichts, keine Angst. Das ist die originale und erste Steven Jerry Pizza. Die ist ja richtig geil. Die ist so eine richtige Wurst im Gesicht. Die Nase ist sogar in 3D, Alter. Er isst ja echt voll geil. Ja, ich kann leider nicht zeichnen, aber dafür haben wir irgendwie versucht, gemeinsam Pizza zu machen. Ich hoffe, du freust dich. Klar. Den wird ja erstmal angeschnitten. Ja, ich will auch was angeregieren, oder? Eins, zwei, drei. Steven Jerry! Keine Augen. Eine YouTube-Camp-Umarmung mehr. Kann ich dir da jeden Video einbauen? Das sieht so aus wie Donald Trump. Ein kleines Lüßchen. Jerry Trump. Kennen die auf jeden Fall das Nose-Stück. Das ist dieses Premium-Ding hier. Ja. Also Freunde, ich würde mal sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Lass mal probieren. Steven Jerry wird verdichtet. Der leckerste Steven Jerry, den ich gegessen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt es. Ihr wisst Bescheid. Mir mal per Pizza und Brieftaube. Danke auf jeden Fall an den Stefan Gerig für das Bild vom letzten Mal. Ich hoffe, das geht jetzt klar so. Klar, mir, Uwe. Danke an Rob für dieses geile... Also es hat tatsächlich noch nie jemand gemacht für mich. Und schaut auf jeden Fall bei dem Falco Falcrow vorbei. Der war ja heute mein Pizza-Gehilfe. Bei dem haben wir nämlich auch ein Video gedreht. Also checkt den obersten Link in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir ein Abo da. Rob Crispy Rob. Remember my name.